Hallo, ich bin Marie. Ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne in Wien und besuche das Gymnasium. Ich spiele Gitarre und Volleyball. Am Montag habe ich Gitarrenstunde und am Donnerstag Volleyballtraining. Mein Lieblingsessen ist Wiener Schnitzel mit Pommes und ich höre gerne Popmusik. Mein Lieblingsfach ist Englisch. Mathe? Nein, Mathe mag ich nicht so gerne. Und ich habe einen kleinen Hund, er heißt Bello.